Hallo Leute, willkommen zu neuen Part zu Let's Play Mario Kart 7 Online zum Part 8. Heute fahren wir in die Freundliste. Heute fahren wir mit Kevin, also mit meinem Bruder. Geh mir immer zu ihm. Der ist in meiner Community. Und dann können wir gleich losfahren. So, es wird verbindet. So, sind wir schon da. So, können wir reingehen. So, sind wir schon da. So, los geht's. So, hier sehe ich Metall Mario und den Karte hier. So. Und den Kanal von Bruder hier, den werde ich unten verlinken. Könnt ihr ja mal vorbeizauen. Im Moment hat er nur 17 Abonnenten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal abonnieren. So. Da wollen wir losfahren. So. Okay. So, müssen wir mal überholen. So, drei Pilze. Oh, der kommt zu schnell. So. So. Einfach vermenzen. Oh, nicht. Yeah. So. Schöne Kurve und 3 Pilze haben wir jetzt, das ist schon die letzte Runde. So. Uh, verdammt. Okay, der war der Erste. So, auf in die nächste Runde. So. So, jetzt kommt die zweite Rennstrecke. So. 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 Jetzt sind dann. So. 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 So, wir sehen uns auf Pachumstil. So, wir rum. So, hier können wir noch neue Items. Noch so eine letzte Runde. So. So, wir sehen uns auf. So, wir sehen uns auf. Neue Item. Und holen wir weg ein paar Münze mit. Und dann können wir bald fahren. So, und der ist vor der Erste. So, jetzt gehen wir in die nächste Runde. So, ich komme zum Losfahrer. So, der hat es ausgewählt. Und meine Grecke wohl aufgeholt. So, wir sehen uns noch eine dritte Runde. So, okay. Los geht's. Okay, der hat ihn überholt. So. So, ich nehme da noch die Hände vor. So, jetzt werden noch Hitzeuge. So, ich nehme da noch. So, ich rufe das. So, ich nehme da noch Items. So fliegen wir runter, so geben wir Gas, damit wir ihn einholen. So, jetzt kommt die nächste Runde, so die nächste Runde werde ich gewinnen. So, jetzt will ich die selben Trecke. So, jetzt können wir mal anfangen. So, jetzt müssen wir schnell wieder aufholen. Ah, das ist schnell. So. So, jetzt. So, jetzt. Ah, zu spät. So. 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 So, jetzt kommt mal ein Item. So, müssen wir uns beide, damit ich den nur einhole. Ah, verdammt, vielleicht wollte ich wieder Schweider, so Leute hier will ich meinen Part, so bis dann und haut rein. So, bis dann.